Oh, okay. Bist du da? Dana! Küsschen. Alter, Joris hat gerade geschrieben, dass du fast ausgeraubt wurdest. Was? Warum hast du ihn geschrieben und nicht mir? Das war das Schlimmste, was jemand überhaupt passieren könnte. Oh, Joris, er übertreibt einfach. Er? Übertreiben? Du bist normalerweise die Drama-Queen im Haushalt. Sind die zusammen? Nee, ne? Ich bin absolut keine Drama-Queen. Nein, Drama ist nicht mein Ding. Ich bin die Verdünftige. Ich? Drama-Queen? Hast du ein Spiegel? Schaut Shakespeare. Ach, hier, komm. Weiß Joris, worauf er sich einlässt? Wo wir gerade über ihn reden. Habt ihr beide euch schon geküsst? Tja, was denn? Nein. Okay, darauf willst du also hinaus? Alter, was ist denn dein Kopf los? Hey, ich bin halt neugierig. Du kennst mich, Dana, die größte Verkupplerin der Welt. Und außergewöhnlich bescheiden, Mio holt dich von deinem hohen Ross runter. Ich kenne keine einzige Person, die dir zusammengebracht hat. Hier, komm. Das ist eine Lüge, euer Ehren. Mein Ross war gar nicht so hoch. Äh, ich blocke dich. Ach, komm. Ich weiß, ich bin auch die Lustigste. Verdammt, du hast mich abgelenkt. Du sollst mir von dem Überfall erzählen. Also, das war so überängstigend, dass ich buchstäblich gezittert habe. Ich wurde nicht ausgebrochen, das waren nur ein paar Deppen, die Opas Sachen haben wollten. Du kennst mich ja. Ich war ganz ruhig. Ein paar Idioten machen mir keine Angst. Äh, ach komm. Mann, du tippst zu langsam. Ich rufe dich an, dann erzählst du mir alles. Okay, jetzt ruft es auch noch an. Und dann ist es so laut. Oh, was? Äh, nur noch ein paar Minuten. Oh, ich bleibe mal hoffen, dass er weggeht. Ich gehe mir selbst einen Bagel. Willst du einen? Die mit Cheese oder Chicken oder Grape. Mmh, Chicken, Cheese. Sie sind wirklich gut. Ja, gib mir den Cheese. Okidoki. Komm nach unten, wenn du bereit bist. Aha. Wow, schau mal an die Forschung, die ich gemacht habe. Da liegt nichts weiter. Balkon. Wir gucken mal auf den Balkon. Guck mal, wer da ist. Da ist ein Wärmeflyer. Guck mal, das ist eine alte Dame da drüben. Das ist ja schön. Und ein Bus fährt vorbei. Das ist ja super. Das ist ja richtig lebhaft hier. Die halbe Flasche Rotwein ausgesoffen. Die andere Hälfte nehmen wir jetzt mit. Hälfte, Cucumber, Beetroot, Dill, Kaffir und Potatoes. Ich weiß nicht, was er planen kann, um es zu machen. Okay, hat Cutter schon erklärt. Gucken wir mal, ob das dann irgendwann gelüftet wird. Wir können ja mal in sein Schlafzimmer gucken. Pssst. Joris hat ein Bett, das separat von seinem Kuchen ist. Ich bin ein bisschen stolz. Ich sollte wahrscheinlich erst getrennt werden. Ah, okay. Ach, hier unten im Gepäck. Ich habe da bloß eine Sache eingepackt. So. 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 Ich denke mal, das wird noch wichtig wieder, ne? Ich ziehe mich mal wie ein, wie, also richtig seriös, ich ziehe uns mal an, ne? Ja, im Schuhschrank, genau. Ah, guck mal hier, wie Indianer, äh, 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 das sieht doch, das kann man tragen, ne? Frisur. Ich bleib bei der Frisur. Das kann, das kann sie tragen, das ist okay. Das ist nicht so aufdringlich. Betont alles, was betont werden muss. Was ist das hier? Stadt. Hier ist dein Bagel. Danke. Das stimmt. Warte mal kurz. Die Katte hat recht. Die Schuhe gehen ja mal gar nicht. Die sind ein bisschen zu aufdringlich. Aber die gehen, oder? Die gehen. Die gehen jetzt, ja. Das muss gehen. Zumindest können wir damit gehen. Wo ist er denn? Wo ist er jetzt, ja? Hier haben wir einen Werbefly, will ich haben. Ist das unser Werbeflyer, den wir gemacht haben, den, ne? Next Tuesday, a lecture about Jewish heritage in Lithuania. All are welcome. For more information, inquire inside the bagel shop. Guck mal, hier ist ein, ooooh. Vegetarian friendly. Mit Wein. Wir gehen mal rein hier. Die Bagel Shop Dame. Sie sieht aus wie eine schöne Frau. Hi. Hallo, dear. Ein frischer Bagel, vielleicht? Was für eine Bagel haben Sie? What kind of bagels do you have? Right now, we have fresh bagels with cheese, tuna, or chicken. Would you like one? Tuna Bagel, please. All right. Here you go. Now we're off good. Anything else? What kind of bagels do you have? Right now, we have fresh bagels with cheese, tuna, or chicken. Would you like one? Ich glaube... Oh. Wir haben nur... Wir haben nur einen, ne? Here you go. Haben wir nur einen? Anything else? That's all. Goodbye. Have a lovely day, dear. Wahrscheinlich finden wir eine Katze und müssen Thunfisch besorgen. Ja, wir haben nur einen. Okay. Gut. Hier ist Stadt. Dann gehen wir in die Stadt. Oh. Wenn das jetzt noch ein echter Stadtplan ist, dann bin ich ja... Opas Haus. Okay, ab zur Universität. Alma Mater, wie nennen Sie es? So, what is this place? That is my Alma Mater. Vilnius University. Around half a millennium old. The library's inside there. Once you're done, meet me back at my place. Or, you know, you can just give me a call. It's fine. All right. See you soon. A pot full of Miragolze. Die unterschiedlichen Perspektiven sind cool. Hier ist ein Kartenleser. Den haben wir bestimmt noch gebrauchen. Ich weiß noch, was wir da gebrauchen können. Ich brauche ein Access-Kart, um in die Karte zu kommen. Ich glaube nicht so. Okay. Habe ich mich gehört. Passiert. Also die Tauben sind auch wieder hier. Es ist immer so, Flo. Es ist immer so. Das ist das Gesetz. Ich sag doch, hier ist eine Mieze. Und die hat einen Bibliotheksausweis. Ich wollte, ich wollte doch... Ja, okay. Oh, wir können hier ein Laptop benutzen, wahrscheinlich. Oh, guck mal, die hat sogar Tattoos hier am Arm. Blumen. Ich glaube, man darf sie füttern, aber dazu müsste ich, was ich schon vorhin vermutet hatte, den Tutfischbegel besorgen, weil wegen Fisch, ich wette, dass es damit zu tun hat. Wir reden erst mal mit Professor. Hallo. Ja? Wie kann ich Sie helfen? Mein Name ist Milda. Ich bin supposed to meet a History Professor hier. Ah, ja. Das ist mir. Ihr Freund Joris mentioned you found some text that might have originated in the Grand Duchy. Oh, ja. Hey, this is a library, not a hen house. Keep the talks to a minimum. Oh, excuse us, madam. We'll be quieter. Mm-hmm. You were saying? I was hoping to get a historian's opinion on an old text. The history of the Grand Duchy of Lithuania is my specialty and passion, and I'll do my best to help. Of course. First, I'll need to see the text. Shall we? Kann ich wieder gehen? I should talk to the professor about the translation. Okay, kann ich noch nicht. Nee, das ist der Opasbrief. Das hier ist die Übersetzung. Wir haben auch nur noch die Übersetzung. Achso, Folgen, na klar. Hast du eine Idee, was dieser Text zu bezeichnen könnte? Hm, wir sehen. Ja, das ist ziemlich interessant. Was ist das? If the translation is accurate, with my best guess, I would date to around mid- to mid-late 18th century. How can you tell? Well, let's take a closer look. Ähm, was soll ich jetzt machen? What are the keys in the crown mentioned here? That's rather confusing, to be honest. Looking at the whole note, all of the evidence suggests it was written by a member of the Jesuit order. What does the Jesuit order have to do with this? The order was disbanded not too long after this was written. Perhaps these are metaphorical keys, leaving the crown, or in other words, the king, in the hands of other denominations or religions. Okay, Krone. Do you know who the Grand Architect could be? Well, from the contents of the note, I can say with fair certainty that it is Johann Christoph Klaubitz. He was one of the most prominent architects in the Grand Duchy and the founder of the Villnian Baroque style. Ja, die Details sind wirklich, wirklich sehr gut. Also, man merkt, dass sich bei den, bei den, bei den Charakteren, beim Designercharakteren doch Gedanken gemacht worden sind. Also Liebe zum Detail sieht halt auch, muss man auch sagen, niedlich und knuffig aus, ja. What is the Great Fire? I believe the writer is talking about the Great Fire of Vilnius that happened in 1749. So the note must have been written soon after this date. What are the different gods mentioned in the translation? Many religious houses were damaged after the fire in the mid-18th century. That gave an opportunity for the architect to rebuild those houses of worship, regardless of their religion. Thus, perhaps, the mention of different gods. This manuscript doesn't really demonstrate much. Oh, this is not a part of the manuscript itself. This note is obviously a message that was attached to a larger document. What's in the larger document? Can't say for sure, but the note suggests it might be a catalog of different houses of worship. Ja, das ist halt die Geißel der Synchronisation. Man braucht sie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wenn eine gute Übersetzung da ist und die Untertitel sind sehr gut platziert, dann passt das eigentlich. So, haben wir noch irgendwas hier? Schlüssel? Hab ich doch alles, ne? Ja, haben wir alles. Feuer, Götter, Manuskript, fertig. All right, I think that's it. Thank you. Always a pleasure to help out those who seek knowledge. As you can see, anything can be found in the annals of history. Uh, you mean annals of history? What did I say? Um, never mind. Well, I'll be here for a couple more minutes. So feel free to ask if you need more historical insights. Great, will do. Well, that was quick and painless. I bet Yoris would like to hear about my findings. Oh, I always wanted a pet, but mom kept saying I wouldn't know how to take care of it. She was probably right. Hey, kitty. Schon wieder eine neue Mitteilung? Okay. Uh, excuse me? Shh, no loud to- Oh, what is it? You're the librarian, right? Oh, I'm sorry. Wasn't it obvious enough? Should I have worn my librarian hat? Ouch. What do you want? Is something bothering you? No, something is definitely bothering her. Her behavior seems slightly off. Can I get a book? Would you like to be more specific? Do you have anything on J.C. Glaubitz? Oh, the architect? Uh-huh. Yes, let me get it for you. Give me a moment. I'll be right back. Oh, das ist die Szenerie. Oh. Jetzt würden wir der Katze das Ding klauen. Oder auch nicht. There you go. Thanks. This should have all of the architect's works. I just need to note the ones that are houses of worship. Time to get to work. Okay. Wow. That dude rebuilt a ton of churches. I thought there'd be like five. How the hell am I supposed to figure out which ones have the key? Oh, God. Oh, God. Okay. This should have all of the architect's works. Wahrscheinlich muss ich den Laptop jetzt benutzen. I don't really need it for anything at the moment. Okay. Ich hole erst mal Thunfisch. Ich bin mir sicher, es ist der Thunfisch. Hi. Hello, dear. A fresh bagel, perhaps? What kind of bagels do you have? Right now, we have fresh bagels with cheese, tuna, or chicken. Would you like one? Tuna bagel, please. All right. Here you go. Anything else? That's all. Goodbye. Have a lovely day, dear. Oh, er ist weg. Schade. Ouch! Please don't feed the cat. Hi. Also, die isst dann noch Käse. Can I get a book? Would you like to be more specific? I'm looking for a book about pagan temples. Pagan temples? You mean the local baltic ones? Uh-huh. Give me a moment. I'll be right back. There you go. Thanks. I should take some notes, if I find anything interesting. Als letzte heidnische Hochburg in Europa war das Großherzogtum Litauen ein perfektes Ziel für die Heiligen Kriege des christlichen Europas. Um die Feldzüge zu stoppen, begann Großherzog Vytautas und seine Cousin, der polnische König Jugaila, im Jahr 1387 selbst mit der Christianisierung des Herzogtums. Jugaila stützte den Altar des Perkunas, der manchmal auch als König der Götter bezeichnet wird, ähnlich wie der griechische Zeus und ließ an seiner Stelle eine Kathedrale errichten. Im Laufe der Jahre wurde der Bau von Kirchen auf heidnischen Kultstätten zur gängigen Praxis. Obwohl Perkunas Tempel im Sventaragestal im 14. Jahrhundert zerstört wurde, oh. I'll just note the locations for the pagan temples. It might be useful. Könnten einige wie der Tempel der Liebesgöttin Mildar am Eingang zum Bezirk Antarkalenis und der Tempel der alten Götter in der Nähe des... I'll just note the locations for the pagan temples. It might be useful. Okay, das gehört bis ins 18. Jahrhundert überdauert haben. Haben wir hier noch irgendwas näher? Aber schön, dass er das hier highlightet. Hi. Hm? Yeah? Is something bothering you? No, something is definitely bothering her. Her behavior seems slightly off. Bottom line? Never mind. She seems agitated. Something is definitely bothering her. Hm, her behavior is definitely off. She doesn't look like the type who'd be so irritable. Moody responses, tiredness. Could she be hungover? No, she just looks strangely uncomfortable. Oh, not to jump to conclusions, but I bet she's PMSing. Hm, 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 hm. Ja, das kann gut möglich sein. Oh, und jetzt ist es nicht mehr auswählbar. Can I get a book? Would you like to be more specific? I was looking for some information about the KGB. Anything specific? Uh, KGB projects, people involved, Project Kosche? Yeah, I get it. Basically everything about anything. Well, not everything. I'll try to find something that could answer most of your questions. Please return the other book first. Yeah, of course. Here you go. Ah, mm, wait here. I'll find something for you. Ah. There you go. Thanks. Tschö mit Sternchen. I should take some notes if I find anything interesting. Aber sie findet's. Da der KGB mit einem hohen Maß an Autonomie operierte, konnte er seine eigenen Spionage-Methoden anwenden, die nicht unbedingt immer mit seiner Doktrin übereinstimmten. Obwohl die offizielle sowjetische Rhetorik die Existenz des Übernatürlichen leugnete, war es ein leichtes, dies zu umgehen, indem man einfach die Nomenklatur änderte und wissenschaftlich angemessenere Titel fand. Einer dieser pseudowissenschaftlichen Bereiche war die Psychotronik, die Übertragung von Tönen und Gedanken direkt in den Kopf der Versuchsperson. Ein berühmtes Beispiel dafür war der Vorfall mit dem Moskauer Signal, aber das ist bei Weitem nicht der einzige Vorfall, zu dem der KGB Untersuchungen oder Experimente durchführte. Auch auf lokaler Ebene weisen Dokumente, die das Projekt Toscha erwähnen, darauf hin, dass der KGB nach Artefakten mit Kräften der Telepathie oder der übersinnlichen Wahrnehmung suchte. Doch wie bei geheimen Fällen üblich drängt der Mangel an unbestreitbaren Beweisen solche Programme in den Bereich der Verschwörungstheorien. Weitere Details über das Projekt werden wahrscheinlich in zukünftigen Büchern der FGWL-Reihe behandelt. G-R-R-C-L-Series. Ich sollte die Librarian fragen, ob es. Es scheint, dass Projekt Toscha was looking for Artifacts mit powers of telepathy oder extra-sensory Perception. Merde. G-Bel Holy- G-Bel Hi. G-Bel Hi. G- GWN G-Bel Do you have any more books from the G-R-R-C-L-Series? Genocide and Resistance Research Center of Lithuania? G-Belchen Wo-Tcha is amit. G-Baristan, R-C-L-Series. G-Genocide and Resistance Research Center of Lithuania. G-Belchen Wo-Tcha. Ich kann sie alle nicht lesen. Wenn du wirst, kannst du immer versuchen, sie zu telefonieren. Vielleicht helfen sie. Oh, okay. Hast du ihre Nummer? Klar, lass ich es für dich finden. Danke. Da, du kannst es schreiben. Haben wir es aufgeschrieben, oder? Haben wir jetzt die Telefonnummer, oder? Ja, haben wir. Okay. Ähm, apropos. Hi. Hm? Ja? Kann ich ein Buch bekommen? Würdest du eher spezifisch sein? Hast du den, ähm, necronimikon? The what, now? Necronimikon. You mean the necronimikon? Oh, yeah. That'll work. Ugh. Let me check. Jetzt sperrt sie den Computerbildschirm. Seems there is one, second edition. Was? However, it's the furthest, deepest, darkest part of the library. It will take a while for me to get it. Are you really sure you need it? Na klar. Hat sie Knie-Schmerzen, oder so? Die ist aber sehr frustriert, oh. Oh, sie ist schon wieder zurück. Die war viel zu schnell. Wie groß oder klein ist die Bibliothek, bitteschön? Okay, wir lesen erst mal. Ooh, you should be careful with this one. Or the cat might start talking. Von Glui-Menglanow. Cthulhu-Rilier. Wagnagel. Furgtang. Ha! 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 Hmm. Von Glui-Menglanow. Cthulhu-Rilier. Wagnagel. Furgtang! Okay. Hmm. Hmm. hmmm